Hier kommen wir noch voll heilen. Auch sehr praktisch. Warte ernst, so ein guckes Vieh. Jetzt kann ich von da oben rein. Einmal rumlaufen. Lohnt sich das, das jetzt zu machen? Ich dachte, ich muss da eh nochmal lang. Jetzt müssen wir hier schnell durchgehen. Danke für die Energie. So, Energie-Container, okay. Ah, Energie. Ah, 1.04 war da. Ah, mehr davon sind wir, okay. Ah gut, hier war eh nur der Container. Oh, oh, oh. So, eh die Hauptaufgabe, das runter zu machen. Hier rein? Ja. Doch, klar. Hier ist die Energie. Ah, ja, ja. Und da haben wir wieder eine, okay. Energie-Tanker, halt. Maximale Energie. Oh, das ist eigentlich eine Hütte. Achso, ne. Jetzt wieder von 0. Ah, hm, 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 hm. Hmm. Weg mit dir. Weg mit dir. Was bekomme ich denn jetzt hier? Ressourcen. Woll, okay. nur in den ressourcenraum jetzt ist er leer, jetzt probier ich aber doch ist das so bin ich hier geht der durch? Nein. Aber der Sturm geht echt immer besser. Und da passiert sowas. Das darf man halt echt nicht sagen. Soll ich jetzt aber nix. Ich glaub den muss ich übernehmen am besten im Konto, oder? Ja krieg ich auch richtig gut was für. Oh Energie. Cool. Okay, komm, ich will später nur da raus. Okay. Hm. Ach. Spielt ein neues Gebiet? Nee. Okay, komm, dann gehen wir erst mal da weiter. Mal gucken. Vielleicht komm ich von da aus wieder da runter. In den roten. Wie liest sich der Kreis auch wieder? Hm. Iron. Okay. Okay. Ja gut, davon hab ich gar nichts ein bisschen. Oh, oh, oh. Das zieh ich ja kein Freund. Ich sag mal, schau, das ist ein Dreierschuss. Hm. Hm. Da war ein Schlang. Okay. Ja, guck, ich bin noch gar nicht durch. Nee, das müsst ihr wegschießen. Da oben ist schon alles kaputt. Das heißt, das bringt mir hier also noch gar nichts, ne? Da muss ich die alle freimachen. Hm. Hm. Okay. Ah, das war ja wieder so einfach eigentlich schien. Hm, hm. Ja, da muss ich auch schon weiter. Ah, ja, aufladen. Ja, gut. Hm. 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 Es ist immer noch der Objekt für, und, was haben wir hier, speichern. Hm. So, irgendwas jetzt sind die drei. Ah. Oh. Okay. Ich kann's schon kaputt machen. Schöne ich so. Hm. Ah gut. Ich kann ohne Probleme ausrichten. Ach so. Wo? Ah, alles klar. Schießt. Schießt doch. Müll. Okay. Ja, komm mal. Einige, was ich immer geht noch. Hm. Oh. Okay. 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 Verlach. Nö. Ach, danke. weg mit dir zurück mein freund eine frechheit und links der schuss kommt sonnig weg ok mit der energie was läuft hier drum irgendwas glibeliges, unheimliches wahrscheinlich Okay, ist alles um Energie noch. Ah, komm. Weg mit dir. Ja gut. Kannst du da auch einschlagen. Da auch nicht. Wieso kommst du da jetzt nicht durch? Oh, ich... Da ist mir doch dafür gedacht, dann hier jetzt irgendwie... Ich würde doch irgendwas auch glibbern. Ich dachte, das ist irgendwie voll aktivierend. Nö. Hier ist halt auch einfach nix. Aber hier muss irgendwas sein. Ja. Hier weiß ich denn irgendwas. Wie kann ich das da nicht erreichen kann? Ja, aber gut. Ja, aber gut. Und... Ja. 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 Ja.